Um bei Amazon erfolgreich verkaufen zu können, muss man ein gewisses Maß an Verkäuferleistungen erfüllen. In diesem Video schauen wir uns die Kennzahlen der Verkäuferleistungen an, die wir auf Amazon erhalten und schauen uns die Punkte ins Detail an, auf welche bestimmten Kennzahlen wir achten müssen, um bei Amazon gut verkaufen zu können und im schlimmsten Falle eine Kontosperrung zu umgehen. Viel Spaß bei diesem Video, bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei. Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal, ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Ja, wie bereits angesprochen, schauen wir uns heute im Seller Central die Verkäuferleistungen an, um hier aufrecht gute Leistungen zu bringen bzw. gute Verkäufe zu generieren, das was wir natürlich wollen, und eine Kontensperrung zu umgehen. Falls du neu auf diesem Kanal bist und dich interessieren weiterhin solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, alles um den Online-Handel herum, Selbstständigkeit, Motivation und vieles mehr. Abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video mehr. Und wie ihr seht, ich befinde mich hier schon in dem Seller Central und möchte mit euch gemeinsam gleich die Verkäuferleistungen von meinem Konto anschauen und schauen, welche Verbesserungsmöglichkeiten wir hier haben und was wir hier eigentlich immer im Blick behalten sollten. Ich habe es bei mir hier oben in dem Reiter, ihr könnt es natürlich aber hier über den Menüpunkt finden, und zwar geht ihr dann auf Kundenzufriedenheit und dann Verkäuferleistungen. So, wenn wir dann auf den Verkäuferleistungen sind, haben wir hier mehrere Reiter oben. Wir haben hier den Kennzahlenmonitor für Verkäuferleistung, wir haben große Felder und Fenster von Kundenzufriedenheit, Einhaltung von Richtlinien und Versandleistungen. Wir schauen uns jetzt gleich mal alles ins Detail an, um hier die einzelnen Punkte zu besprechen. Und ich beginne einfach mal hier mit Verkäuferleistungen und mit dem Punkt Kundenzufriedenheit. Doch bevor wir hier zu dem Kundenzufriedenheit kommen, würde ich euch einfach mal bitten, hier Notfallnummer zu beachten, und zwar die Notfallnummer bei kritischen Ereignissen, die eintreten können. Ruft euch Amazon direkt auf euer Handy oder Festnetznummer, die ihr hier angegeben habt, an, um hier mit euch gegebenenfalls Dinge zu besprechen, bevor die euren Account sperren. Weil es kann manchmal sein, dass gewisse kritische Dinge in Kraft treten, wo irgendwelche Richtlinien gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen wurde. Und dann ruft euch Amazon an. Wundert euch nicht, wenn es mal eine ausländische Nummer ist, denn oft ist es so, dass Amazon hier aus dem Ausland die Verbindungen hält. Aber es wird meistens, in den meisten Fällen natürlich ein deutschsprachiger am Telefon seid von Amazon, der mit euch die Dinge bespricht, die hier irgendwie schiefgelaufen sind. Deshalb immer die Notfallnummer aktuell halten. So, gehen wir mal Schritt für Schritt durch. Kundenzufriedenheit, einer der wichtigsten Punkte. Und hier kommen wir direkt zu der Rate an Bestellmängeln. Die sollte durch den Versand, äh, Versand durch den Verkäufer nicht über 1% gelangen. Falls ihr über 1% gelangt, droht natürlich eine Kontensperrung oder zumindest Einschränkung eures Kontos. Ihr seht es hier, ich kratze schon langsam an der 1% Marke. Bei mir sind 6 von 817 Bestellungen in den letzten 60 Tagen mangelhaft gewesen. Und hier bin ich dabei, das Ganze schon wieder herzustellen, sodass hier keine weiteren Probleme auftreten. Versand durch Amazon ist in der Regel so, dass das Ganze immer bei 0 ist. In den meisten Fällen zumindest, weil Amazon, wenn die irgendwelche Bestellmängeln oder durch die auftreten, dann beseitigen sie natürlich diese oder löschen die und dann spielt dieser Prozentsatz keine Relevanz. Es sei denn mit der Ware, die ihr bei Amazon eingeliefert habt, da ist irgendwas problematisch. Dann wird es natürlich auch hier zu Bestellmängeln kommen. Als nächstes, Rate der Bestellmängeln besteht aus drei verschiedenen Kennzahlen. Das bedeutet, wir haben negative Bewertungen zu den Produkten. Wir haben A-Z-Garantieanträge, ein ganz großer Punkt, und Rückbuchungen. Am Ende des Videos möchte ich euch auch zeigen, wie ihr negative Bewertungen löschen könnt, diese durch Amazon prüfen könnt, um diese zu löschen. A-Z-Garantieanträge ist ein Thema für sich. Darauf werde ich ein separates Video machen auf diesem Kanal. Falls es schon erschienen ist, findest du es hier oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Ansonsten alle Informationen, die ich auch teile, auch in der Infobox oder in der Videobeschreibung nachlesen. Und sonst, falls Fragen sind, immer die Kommentarfunktion nutzen. Ich gehe so schnell wie möglich darauf ein. Also in meinem Fall sind es hier die negativen Bewertungen und die A-Z-Garantieanträge, die diesen Mangel hier oben erstellen. Und da muss ich natürlich darauf achten, dass da nicht zu viel kommt in der nächsten Zeit. Ansonsten haben wir hier Rate an Rechnungsmängeln. Gibt es auch gewissermaßen Mängel. In meinem Fall sind es 0%, sollten auch unter 5% bleiben. So, falls ihr Details sehen möchtet, dann klickt ihr einmal auf Details und ihr seht das Ganze einmal hier nochmal ins Detail geschildert. Wir haben hier, wie gesagt, die zwei Punkte, die für meinen Prozentsatz zuständig sind. An Bestellmängeln habt ihr noch ein separates Fenster. Und ihr könnt natürlich die Berichte euch herunterladen. Wenn ihr den Bericht herunterladen tut, dann bekommt ihr eine Excel-Datei, wo ihr dann die einzelnen Bestellnummern auch suchen könnt, eintragen könnt und sehen könnt, was genau hat hier zu dem Mangel geführt. Kommen wir einmal zum nächsten Punkt. Einhaltung von Richtlinien. Ein ganz wichtiger Punkt. In meinem Fall ist es optimal hier. Das sollte auch immer optimal bleiben. Wir haben hier die Bewertung der Verkäuferleistung. Wie ich das herausgelesen habe, bekommt jeder neue Verkäufer 200 Punkte. Und dann arbeitet ihr euch entweder nach oben oder nach unten. Wenn keine Bestellmängel oder Mängel auftreten an Verkäuferleistungen, wird das immer nur nach oben gehen. Es sollten aber Mängel auftreten, wie zum Beispiel in meinem Fall hier Beschwerden zu geistigem Eigentum. Einbeschwerde. Da muss ich natürlich handeln, sehr schnell handeln, weil sonst das Ganze hier auf lange Zeit gesehen auch zu negativen Punkten führt. Und es gibt auch viele andere, zum Beispiel Kundenbeschwerden zur Produktechtheit, Kundenbeschwerden zum Produktzustand, Probleme mit Lebensmitteln und Produktsicherheit. Viele, viele dieser Punkte. Sollte es bei euch irgendein Punkt hier irgendwie mit einer 1 stehen, wie bei mir in dem Fall, solltet ihr so schnell wie möglich darauf reagieren. Falls ihr Hilfe braucht, gerne unten die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde euch da versuchen zu helfen. In der Regel ist es eigentlich sehr simpel. Alles, was Amazon von euch benötigt, wird auch hier schwarz auf weiß mitgeteilt, damit ihr da gewisse Nachweise liefert. Zum Beispiel bei Produktechtheit müsst ihr natürlich irgendwelche Nachweise liefern, wie Rechnungen oder Lieferscheine, wo ihr das gekauft habt, damit das Ganze hier nachgeprüft wird von Amazon, dass auch ihr hier alles legale und echte Ware verkauft, aber auch viele andere Verstöße. So, wir haben hier unten nochmal News zu Verkäuferleistungen. Da könnt ihr zum Beispiel neue Funktionen zur Stimme des Kunden und mehr Kundenzufriedenheit einsehen. Das ist jetzt vor kurzem erst erschienen und vieles andere könnt ihr euch nachschauen hier. Als dritter Punkt sind wir hier bei den Versandleistungen. Einer der wichtigsten Punkte auch, um hier einen sehr guten Service zu gewährleisten. Wir haben hier Rate verspätete Lieferung bei 0,22. In meinem Fall sollte unter 4% bleiben. In meinem Fall sind es jetzt nur eine Bestellung von 449 und das Ganze wird über 30 Tage getrackt. Storno-Rate vor Erfüllung. Das bedeutet Produkte, die ihr studiert habt, weil ihr sie nicht auf Lager hattet oder wie auch immer. Da sollte das Ganze unter 2,5% bleiben. In meinem Fall habe ich hier das Glück, dass ich keine habe. Und hier ganz wichtig, nur 7 Tage. Also jede Woche wird das neu getrackt. Rate gültiger Sendungsnummern müsst ihr auch einhalten. In meinem Fall 100%. Hier sollte die Erfüllung über 95% sein. Das bedeutet für jeden Versand solltet ihr auch eine Sendungsnummer hinterlegen. Falls ihr das Ganze nicht automatisiert macht, dann solltet ihr nach jedem Verkauf innerhalb von 24 Stunden die Sendungsnummer direkt in der Bestellung hinterlegen. Sonst zählt das hier als eine verspätete Lieferung, auch wenn das Paket schon bereits unterwegs ist. Auch hier können wir uns die Details einmal anschauen für die jeweiligen Punkte. Ihr seht es hier. Könnt ihr euch auch die Berichte herunterladen, woran lag es und vieles mehr. So, nochmal zu dem Kennzahlenmonitor für Verkäuferleistungen. Und zwar möchte ich hier nochmal auf die Bewertung eingehen. Ich habe es ja bereits gesagt, ihr bekommt am Anfang als neuer Verkäufer 200 Punkte. Und dann seid ihr in der Regel als auch optimalen Status habt ihr. Solltet ihr jetzt aber irgendwelche Probleme auftreten, dann bekommt ihr weniger Punkte und dann könnte es sein, dass ihr in diese Skala rutscht von 100 bis 200 Punkten. Und dann wird diese gelb. Dann besteht natürlich ein Risiko, dass euer Konto deaktiviert wird. Es wird nicht direkt deaktiviert, aber das Risiko ist da. Und dann müsst ihr so schnell wie möglich die Sachen beheben, die euch hier Amazon bemängelt. Solltet ihr zwischen 0 und 100 rutschen, dann ist das Ganze hier auf schlecht. Das heißt, das Ganze wird auch rot sein. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass euer Konto gesperrt wird. So weit sollte es natürlich nicht gehen. Als nächstes kommen wir zu dem Reiter Berichte. Hier könnt ihr Bestellungen mit Mängeln einsehen. Da bekommt ihr hier eine Skala, die über ein Jahr hinweg geht. Und hier könnt ihr dann sehen, wo sind hier die meisten Mängel aufgetreten, was genau lag daran, warum die Mängel hier aufgetreten sind und vieles mehr. Als nächstes können wir hier Berechtigungen uns aufrufen. Und zwar sind das Berechtigungen für den Premium-Versand von Amazon. So, dass bei eurem Produkt auch Amazon Prime Lieferung eingeblendet wird. In meinem Fall erfülle ich hier nichts, weil ich nicht mit den Versanddienstleistern arbeite, den Amazon hier haben möchte. In meinem Fall wäre das DPD oder GLS. Ich kann mich nicht genau erinnern. Ich versende alles mit DHL und bin da relativ zufrieden und möchte hier in dem Falle das auch nicht nutzen. Des Weiteren haben wir hier Stimme des Kunden. Das sind die Produktbewertungen für die einzelnen Produkte. Hier habt ihr dann eine Übersicht, wie die Kunden eure Produkte, die sie bei euch kaufen, bewerten. So könnt ihr zum Beispiel auch schauen, woran liegt es hier, dass ein Produkt irgendwie schlecht bewertet wird und vieles mehr. Das seht ihr hier in dieser Übersicht. Hier könnt ihr auch euch einen Bericht herunterladen, so dass ihr einzelne Produkte dann ins Detail euch ganz ansehen könnt. So, ich habe euch ja gesagt, dass ich euch zeige, wie ihr hier die Kundenbewertungen und Feedbacks löschen könnt, die in eurem Profil stattfinden. Und zwar geht ihr hier auf Menü, Kunden und dann Feedback Manager. Bei dem Feedback Manager könnt ihr euer eigenes Profil oder Verkäuferkonto mit den Sternchen hier versuchen zu optimieren. Kunden bewerten nicht nur Produkte, sondern bewerten euch auch als Verkäufer. Und ich kann euch mal einmal einblenden, wie man das Ganze sieht. Hier ist es nämlich so, dass man dann auch die Sternchen direkt sieht und die Prozentzahl der Bewertungen, die euch die Kunden gegeben haben. Und man bekommt schon sehr wenig Bewertungen bei Amazon. Und dann sollten diese natürlich aber auch stimmen. Ich habe jetzt hier 4,6 Sterne während der letzten, während mein Profil besteht oder mein Verkäuferkonto. Hier können wir die letzten 30 Tage einsehen, 90 Tage und vieles mehr. Hier haben wir zum Beispiel auch schlechte Bewertungen, wie zum Beispiel einer schreibt hier, gibt ein Stern, was sehr üblich ist, dass einfach nur ein Stern geschrieben wird oder gegeben wird und dann einfach nur geschrieben wird, nicht gut. Ja, was soll ich damit anfangen? Nicht gut kann alles sein, ja. In dem Falle kann man versuchen, hier eine Anpassung der Bewertungen vorzunehmen. Da klickt ihr hier auf Aktion und dann klickt ihr auf Entfernung anfordern. So, und dann bekommt ihr hier dieses Fensterchen angezeigt. Amazon entfernt Feedbacks nur in folgenden Fällen. Das bedeutet, wenn das Feedback eine obsiose Ausdrücke enthält, wenn es persönliche, von den Verkäufern identifizierte Informationen hält, die gesamte Bewertung handelt sich um eine Produktrezension. In dem Falle könnte es in dem Falle sein, weil nicht gut heißt, vielleicht ist das Produkt nicht gut. Oder die Bewertung wird entfernt, wenn sie sich bei einer Bestellung mit Versand durch Amazon auf den Versand oder den Kundenservice bezieht. Das bedeutet, wenn Amazon für euch die Produkte versendet, entfernen die natürlich auch dies. So, wenn nun diese Bewertung eures Erachtens nach eine dieser Punkte enthält, dann könnt ihr hier sagen Ja und dann wird die Bewertung versucht zu löschen. So, das mache ich auch in dem Falle. Die andere zum Beispiel hier auch, keine 110 Euro Wert, weit weg von Luxusduft. Ja, in dem Falle wurde das so hier bewertet, mache ich auch einfach mal eine Entfernung der Bewertung und sage Ja, bitte entfernen Sie das. Weil in meinem Achtens ist das natürlich eine Produktbewertung, dass dieses Produkt nicht dieses Geld wert ist, ist hier für die Käufer uninteressant. So, jetzt habe ich dieses gestellt und werde mal gucken, ob diese entfernt werden. In den meisten Fällen sollte das entfernt sein. So viel dazu. Ich hoffe, dieses Video war für euch hilfreich und ich konnte euch hier weiterhelfen. Falls Fragen sind, wie gesagt, unten die Kommentarfunktion nutzen. Ansonsten freue ich mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist, diesen Kanal abonnierst und natürlich einen Daumen nach oben setzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.